Ihr wart echt schlecht da draußen, das ist peinlich. Ja, für dich vielleicht. Komm schon. Du machst da eine Familie mit der Tussi, die ich früher geschwängert hab, und mir soll's peinlich sein? Es ist peinlich, weil wir Männer sind, die ganz furchtbar spielen. Und genau so muss das auch sein. Nicht für mich. Feind im Anmarsch. Ganz genau, Feind im Anmarsch. Was ist? Gibst du dein Bestes? Wir liegen 30 Punkte vorne. Nein, ich rede mit dir. Bruder, wenn du dein Bestes gibst, gebe ich mein Bestes, dann werden wir ja sehen. Was werden wir sehen? Wir werden sehen, wer der Beste ist. Oder willst du das gar nicht wissen? Hey, komm, entspann dich, kleiner Bruder. Du hast hier nichts verloren, Keith. Tja, du hast hier auch nichts verloren, Dan. Es ist jetzt ihr Spiel. Wir sollten einfach stolz auf sie sein. Als hättest du was damit zu tun. Verschwinde, Danny. Zeig, was du kannst. Und wenn einer von euch sein Bestes gibt, dann werde ich ihm wehtun. Hey, du machst das gut. Danke. 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 Vielen Dank.